Gestern aufgefallen, dass einer der oberflächlich unbewusstesten Tatsachen diejenige ist, dass eine der ersten absoluten Wohlbefindlichkeiten darin besteht, dass man einfach in einer warmen, in einer wohltemperierten Haut, in einem wohltemperierten Körper steckt. Ein Erlebnis, das bewusst wahrzunehmen, genauso intensiv ist, wie wenn man bei großer Hitze einen großen Schluck kalten Wassers zu sich nimmt, diese Haut als die größte Organ des Körpers, der als nächstes der Wohlbefindlichkeiten ein genopptes Frotte-Bademantel auf der Haut, sprich taktile, unterbrochene, etwas linnenraue, Vibrationsreibe, Kontaktberührungsdruckreize, wie eben dasjenige, was an anderer Stelle eines Romans, die gute Haut, genannt wird. Und Mechanismen, die so automatisch funktionieren, als Temperaturregulation, dass auch sie an die Oberfläche des so selbstverständlich unbewussten gerückt werden. Und ich habe mich immer gewundert, dass die Körpertemperatur tatsächlich 37 Grad bei Menschen und 42 Grad bei Vögeln sein soll, was doch eine ziemlich hohe Temperatur ist, angesichts der Tatsache, dass bei 60 Grad schon Proteine gerinnen. Aber gegen die Virusabwehr ist das offenbar gut.